Morgen ist bei GOP der reinges günstiger als sonst. Das Quick-Schäufe kostet morgen bei GOP bei Kilo nur 21 Franken. Schweizer Raclette Käse im Block bekommen sie bei 100 Gramm für nur 1,69. Und Clementinen aus Spanien im 2-Kilo-Netz für nur 3,80. Ausserdem offriert ihnen GOP die praktischen Aquisine-Bratgeschirr für Bachöfe und Mikrowellen für je 8 Franken. Viel Appbeere, viel Aprikosen, viel Zwetschgen, viel Himbeere und viel von allen anderen Früchten hat sie den feinen Konfitüren, die nur bei GOP erhältlich sind. Wir hätten von ihnen gerne den Namen gewusst. Kommt Simon, wir würden uns freuen.